Es war eine Flutkatastrophe, die auch in Österreich für Entsetzen gesorgt hat, als vor genau einem Monat gewaltige Wassermassen riesige Landstriche im Westen Deutschlands verwüstet haben und dabei rund 200 Menschen getötet wurden. Verheerend war die Flut auch für zahlreiche Winzer, die nun aber eine Welle der Solidarität erleben, und zwar auch aus dem Burgenland. Von Winzern für Winzer heißt das Hilfsprojekt, bei dem Weinbauern sogenannte Solidaritätspakete schnüren und die Erlöse den betroffenen Kollegen in Deutschland spenden. Auch die kürzlich zur besten Rotweinwinzerin Österreichs gekürte Silvia Heinrich macht bei dem Projekt mit. Der Weingarten von Silvia Heinrich in Deutschkreuz, auch hier machen sich Spuren von Staggenregen und Hagel bemerkbar. Umso wichtiger ist es für sie, ihre Kollegen aus Deutschland mit Spenden zu unterstützen. Diese kommen durch den Verkauf der sogenannten Solidaritätspakete zusammen. Es funktioniert ganz unkompliziert. Man kann einfach per Mail das Paket bestellen bei uns oder beim Bernhard Ernst im Onlineshop. Das Paket kostet 65 Euro. Es sind sechs Weine, Überraschungsweine im Paket. Also man weiß nicht, was man bekommt. Es sind Weine aus Deutschland, Österreich, Südtirol oder Südafrika, so auch Griechenland dabei. Und man bekommt dann einfach ein Überraschungspaket frei auszugestellt. Das gesamte Geld kommt dabei den betroffenen Weinbauern in Deutschland an der Ahr zugute. Silvia Heinrich selbst hat mehr als 200 Pakete im Zuge dieses Projektes verkauft. Das Geld wird für den Wiederaufbau der Weingüter verwendet. Einige Winzer haben die ganzen Keller sogar verloren, die Maschinen. Man hat Fotos gesehen, wo Fässer einige Kilometer über den Fluss hinweggespült wurden. Die Weine sind weg. Also die haben wirklich die Existenz teilweise verloren. Und viele Winzer werden vielleicht gar nicht mehr weitermachen. Also es ist wirklich sehr dramatisch. Und denen muss man wirklich helfen. Ein paar Straßen weiter bereitet Winzer Bernhard Ernst bereits neue Pakete für den Versand vor. Mit Weinen, die von Winzer-Kollegen gespendet wurden. Und natürlich auch seinen eigenen. Er hilft vor allem bei der Logistik, bringt die gespendeten Weine also direkt an den Mann. Und ist begeistert, wie stark der Zusammenhalt ist. Es war der ganze Weinbarfreund aus der Kreuz, der hat gleich mal am Montag Pakete gebracht. Und ich habe dann ein paar Telefonate geführt. Und die Solidarität war riesig. Und alle Winzer, die ich kenne, die haben da irgendwie Wein gesponsert. Die Aktion von Winzern für Winzer läuft noch weiter, solange Wein gespendet und Pakete gekauft werden. Bis jetzt wurden rund 1,3 Millionen Euro an Spenden eingenommen.